Die folgende Glossar-Einheit befasst sich mit dem Begriff Gateway. Ein Gateway kann in einem Router umgesetzt sein. Aber auch andere Geräte können als Gateway konfiguriert werden. Ein Gateway regelt genauso wie ein Router den Datenverkehr zwischen zwei Bus-Systemen. Es wird vor allem dann eingesetzt, wenn sich die miteinander verbundenen Systeme stark unterscheiden. Bevor die Datenpakete den Router erreichen, werden sie über das Gateway geleitet. Dort werden die Informationen aus dem Header geprüft. Es kann sein, dass sich die Anforderungen der beiden Bus-Systeme unterscheiden. Deswegen müssen möglicherweise die verwendeten Protokolle, Adressen oder Geschwindigkeiten umgewandelt werden. Anschließend kann das Datenpaket an den Router geleitet werden, der es an das andere Bus-System leitet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017